hallo und willkommen auf meinem kanal sieben tage gaming ich bin der stefan und wir sind heute wieder im spiel scum natürlich wie immer bei uns auf dem server sieben tage gaming ja letzte mal habe ich ja hier auf holz abgegradet ich habe es also jetzt fertig gemacht ich habe mir da drüben noch im brunnen aufgestellte müssen heute bauen und innen drin sieht es also jetzt so aus ich habe hier eine trennwand reingezogen weil da oben ist mein bett im schlafen und ja habe ich die trennwand reingezogen sieht irgendwie besser aus hier habe ich noch im schrank aufgestellt da ist noch nichts drin so mal schauen was da rein kommt so eigentlich wollte ich die küche hier hin bauen vom prinzip fast so wie dieses teil dort diese trennwand aber ich werde und das probieren wir jetzt aus wir haben ja den großen generator und ich möchte den generator außerhalb vom haus stehen oben hat den immer mal in die hand und da würde ich sagen dass sie es einfällt 23 das hier ist die mitte wenn man den generator jetzt mal hierhin stellen und range anschauen dann ist es eine große range ist aber auch sehr viel außerhalb und innen drinnen geht sie nur so bis zur hälfte das reicht mir nicht deswegen habe ich mich entschlossen ich werde hier die rand aus machen wir werden da hinten jetzt sondern raum bauen da kommen die generator rein und dann wird das hier meinen küchenplatz mit den kühlschränken und hier werde ich später noch eine trennwand reinziehen genauso wie hier und ja wenn wir mal schauen was wir da machen dass wir da oben vielleicht noch was hin machen und schränke und das war es wir brauchen jetzt aber jetzt zum ersten mal den generator wieder weg müssen hier noch muss noch was raum bauen und das machen wir jetzt gemeinsam so der kommt wieder da rein dann werde ich würde ich sagen machen wir erst mal die band hier raus und zwar diese hier die muss raus und das doch geht auch mit super anders habe ich nicht gedacht aber das ist egal jetzt setzen wir hier erst einmal im fundament fundament weil habe ich noch baumstämme und sticks brauchen wir und da würde ich sorgen da fangen wir jetzt gleich mal da hinten an nehmen wir wieder unsere mutter säge da kommen jetzt machen wir hier gleich mal alles klein nur damit ich eine bessere sicht auf mein holz und automatisch gibt es auch ein paar sticks hier geht es aber mehr oder weniger hier um die bäume und den machen wir auch noch und dann machen wir hier gleich mal bretter natürlich jetzt die frage wie viel bretter mache ich wie viel brauche ich ja und dann müssen wir auch noch eine trennwand machen und der brummeln ist ja auch noch ich glaube der braucht auch ein paar bretter und den letzten machen wir auch noch weg und den letzten machen wir auch noch weg dann bauen wir den büsch hier gleich noch weg und den büsch und den baum hier und den büsch machen wir auch noch weg und den büsch machen wir auch noch weg und den hier auch noch jetzt kann man sich aber einstecken wir brauchen auf alle fälle erst mal zwei sticks und ich glaube waren hier zwei stück oder sechs sticks waren es glaube ich ne ne und das kann man gleich upgraden zwei bretter und zwei baumstämme könnte funktionieren dann hätten wir das gleiche mal auf holz so dann mache ich aber hier auch noch eine treppe rein treppe treppe da ist sie zwei sticks und ein brett eins zwei und ein brett kein brett baumstamm irgendwie sieht das sogar cool aus ich glaube ich mache das vorne auch so das tun wir auch gleich aufrüsten so dann brauchen wir noch fünf bretter und zwei baumstämme haben wir alles da so fünf bretter so dann machen wir hier eine wand hin hier eine stromwand und hier eine stromwand und hier einen türraum wo ist er da ist er so wir brauchen hier sechs sticks und sechs müssen wir zusammenkriegen hier liegt er genug rum eins zwei drei vier sechs sieben zehn fünf zwei hätten wir schon mal zwei hier sind sechs drin wir sind sechs drin da fehlen sie jetzt noch seile müssen wir auch machen müssen wir hier doch welche zerlegen eins zwei da machen wir den normal klein und den hier auch noch und den hier auch noch machen wir mal ein seil ein seil kommt darüber 1 2 3 4 5 6 dann brauchen wir jetzt noch hier mal baumstamm ich überlege gerade was ich für ein dach drauf mache mehr ja schauen wir mal die hätten wir dann natürlich gleich upgraden aufrüsten und das wird unser generator raum da kommt der große vielleicht kommt dann noch ein großer dazu ein große müsste dann reichen ich glaube ich brauche so ein paar kühlschrank gebrauche ich so aufrüsten aufrüsten und aufrüsten was brauchen wir denn jetzt brauchen wir die bretter aufpassen das ist meine axt ja das passt noch und müsste ich ja eigentlich fällt mir gerade ein von der spielzeit her müsste ich mit den bot coins schon so weit sein dass ich mir ein vorzeug leisten kann das wäre natürlich perfekt hier kommen zwei rein und da müssen immer drei rein dann können wir nämlich wenn wir schon ein auto kaufen können unsere erste große tour dann machen müssen wir mal schauen ob die coins ausreichen so zwei den brunnen machen wir auf alle falle auch noch fertig also da vielleicht ein bisschen wasser bekommen dann gehen fast die ganzen bäume hier drauf wie ich gesagt habe da liegt noch was so baumstämme sind drin dann holen wir uns jetzt die bretter die axt kommt da oben hin 1, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 6 können wir tragen obwohl geht das noch rein quer geht es nicht rein schade 6 2, 3, 4, 5, 6 2, 3, 4, 5, 6 2, 3, 4, 5, 6 2, 3, 4, 5, 6 so da brauchen wir noch vier stück 1, 2, 3, 4 und die 4 linger genügend rum ok da müssen wir dann natürlich jetzt müssen wir da das stroh doch müssen wir da aufmachen aber es wird wahrscheinlich jetzt soll es doch eigentlich wieder gehen schau mal ich will hier auf keinen fall es geht da nicht rauf ich muss doch den blöden raum machen aber hier den raum an hin eigentlich wollte ich hier eine wand hin machen ich muss wieder eine wand hin wir brauchen zweimal baumstamm sechsmal sticks zwei mal baumstamm nehmen wir den hier mit und sechs sticks hätte ich eigentlich gar nicht abreißen brauchen die wand das war so hätte ich sein müssen ok so liegen hier noch sticks ja 1, 2, 4, 5, 6 so gleich mal upgraden 3 und 7 eigentlich hätte ich gedacht das doch hält aber da war ich schon wieder in einem anderen spiel wahrscheinlich bei Icarus da hält alles so dann nehmen wir noch einen mit und ähm zwei bretter und die restlichen fünf holen wir dann so das ist fertig eins zwei drei ja gut und jetzt machen wir aber trotzdem wieder das dach hier drauf und jetzt geht es drauf sechs sticks und ein baumstamm so ein baumstamm und sticks müsste doch hier genügend rumliegen das kommt da schauen wir eins zwei drei vier fünf sechs und das dach ist wieder drauf dann brauchen wir hier auch ein dach was machen wir denn da für ein dach brauchen eine kleine haube geht es geht es geht es ich glaube das reicht hier woche ist doch hier genau oder brauchen wir noch seil und zwei sticks da liegt was rum machen wir die mal wieder klein machen wir uns noch ein seil das müsste dann reichen so ein seil und drei sticks waren sie ne machen wir hier noch holz draus so was braucht hier irgendwas mit bretter glaube ich nehmt mal zwei mit nehmt mal zwei mit nehmt mal zwei mit jawoll so und dann kommt hier noch eine tür rein hier müssen wir auf alle fälle noch bauen wo ist sie denn die tür weiße vier sticks und einen baumstamm da haben wir eins drei drei und die vier und ein baumstamm dann haben wir die tür die rüsten wir auch gleich auf auf holz dann haben wir alles auf holz so aufrüsten er braucht einmal bolzen und zwei bretter noch obwohl sie müssen wir hier noch was haben bolzen 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 komm nehmen wir eins aus der schachtel raus gut Schluss haben wir natürlich jetzt im moment keins aber wir machen das so dass hier jetzt erstmal der generator reinkommt und den stellen wir nämlich hier auf die seite so da wirkt er wesentlich kleiner ja ich hab die feuchte seite nochmal drehen sieht es schöner aus von vorne so sieht es besser aus und hier machen wir jetzt dann den schrank hin da kommt das benzin rein so hier kommt ein schrank hin soll eigentlich hier so hin machen so was braucht ihr acht bolzen zwei metall und sechs bretter bolzen muss doch hier noch ein bündel haben oder nägel fünf drei nägel nimm dir doch auch oder genau zweimal metall und ein werkzeugkoffer das haben wir auch braucht er bloß noch sechs bretter und die haben wir auch 1 2 3 4 5 6 perfekt generator ist am start prüfe auf ein prozent ok jetzt lassen wir nochmal laufen und jetzt gehen wir mal da rein man hört nur ganz leicht ok es geht so jetzt brauchen wir noch in den brunnen wegzeugkoffer was zehn ok da müssen wir da vorne arbeiten wegzeugkoffer vier ach die haben wir drin und bretter schauen wir mal was da noch rumliegt baumstämme das sind ein brett baumstämme haben wir noch einige hier liegen aber da ist fast schon der weg zu weit zu laufen und wir brauchen jetzt natürlich schlösser wir müssen das ganze zeug hier absperren 16 stück braucht er und unsere geheimwaffe wieder ins spiel die motorsäge mit der taste r könnte sich starten und weg mit dem büscher wenn ihr auch und dann machen wir den hier weg und dann machen wir den hier weg so und der hier noch Und den hier. Einen halben Volt gefüllt, nur für den Brunnen. So, ich glaube, das müsste reichen. Eins, zwei, drei, vier und die fünf. Wir brauchen acht Stück. Noch drei, eins, zwei, drei. Ah, den nehmen wir auch gleich mit. So. Noch acht Stück. Dann nehmen wir die hinteren gleich. Wir haben ja Zeit. So, dann steht der Brunnen. Und dann werde ich echt nochmal schauen. Und wir müssen drinnen noch unsere Küche vorbereiten. So, Brunnen steht. Und jetzt würde ich nämlich gerne, und zwar hier in der Mitte, würde ich gerne einen Tisch hinstellen. Und dahinter ein Sideboard. Das machen wir jetzt so. Schauen wir mal, dass wir genau die Mitte treffen. Und da stellen wir jetzt aber einen Tisch mit rein. Genau. So. So. Ja. Gut. Und hier stellen wir noch einen Tisch hin. So. Sollte einige Mausen zusammenpassen. Zack. Und hier stellen wir noch einen hin. da kommen dann die kühlschränke drauf es sieht gut aus dann machen wir erst mal hinten holzen bei bolzen und dann kommen die bretter holzen haben wir noch hier draußen ich muss doch hier irgendwo noch und vier bretter haben wir gerade noch und jetzt kann man den immer machen ihr bretter ich dachte oder muss ich erst einen tisch machen geht das immer wir werden es gleich sehen das ist jetzt wenn sie alle mitten in der arbeit ein problem ich glaube ich muss auch mal was trinken oder das ist jetzt der behälter hin der ist da oben jetzt okay alles trinken ich glaube vielleicht voll- So, dann schauen wir mal, ob das da drinnen noch funktioniert. Wir brauchen 1, 2, 3, 4. Wenn nicht, dann reißen wir das Ganze nochmal ab und machen es umgekehrt. Ja, es geht nicht. Okay. So, das machen wir auch weg. So, dann machen wir das Ganze nochmal, Sideboard. Ziemlich in der Mitte und jetzt den Tisch. Genau. So, dann machen wir zuerst den Tisch, drei Bretter. Zwei, drei. Geht das nicht mehr. Funktioniert anscheinend echt nicht mehr. Okay, dann kommt das hier weg und hier haben wir vier Bretter. Und vier. Eins, drei, drei, vier, fünf. Hier ein Schweinchen. So, was brauchen wir jetzt noch? Zwei Stück. Hier haben wir auch noch. So, da ist der Küchenbereich ja eigentlich schon fertig. Gut, dann kommt der große Moment. Ich würde mal sagen, jetzt schauen wir erst einmal zu uns in den Discord. So, da sind wir schon drin im Discord. Und jetzt schauen wir erstmal auf Account Info. Account Info, wir haben 7669. Das ist schon mal gut. Und jetzt holen wir uns erst einmal das Tagespaket, würde ich sagen. Das holen wir uns. Gehen wir gleich mal wieder ins Spiel. So, wir sind wieder im Spiel. Und da wird's auch schon geliefert. So, da stecken wir alles ein. Das kann man brauchen. Das war das Tagespaket. Und jetzt gehen wir nochmal rüber in den Discord. Und ich würde sagen, was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Wir nehmen den Pickup. Der kostet 6000. Wir haben 7000 noch was. Buy Package. Zack, und wir sind wieder im Spiel. Jetzt schauen wir mal, wo er herkommt. So. Gekauft. Wir haben ja ein Pickup. Sehr schön. Hmmm. Und die Ladefläche von dem Teil ist natürlich gigantisch. Wahnsinn, da passt was rein. Okay, wir sind mobil. Was wir jetzt natürlich brauchen, ist, wir machen eine große Loot-Tour. Wir brauchen Kühlschränke. Wir brauchen, ja, ein bisschen Kohle machen. Und wir brauchen einen Benzinkanister. Ja, und natürlich Schraubendreher und den Rest. Und ich würde sagen, das organisieren wir uns alles im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Servus.